Du möchtest gerne lernen, für dich eine Orientierungshilfe zu haben durch deine Ahnen. Du möchtest gerne dein Ahnenfeld an sich, das Gesamte, einfach harmonisieren, weil da sehr viel Zwist oder manchmal auch Ungewissheit mit drin steckte. Du möchtest gerne für dich selbst mehr Selbstbewusstsein lernen, um für dich selbst auch einzustehen und auch eben die Klarheit gewinnen, wer du eigentlich bist, woher du kommst und wo du hin möchtest. Und du möchtest gerne einfach Frieden in deiner Ahnenfamilie schließen. Wenn du bei diesen Fragen alles Ja gesagt hast, möchte ich dich einladen, bei Ahnenmagie mitzumachen. Anmeldeschluss ist bis Freitag und wir beginnen am kommenden 9.9.2020 geht's los mit einem Live-Zoom, wo wir gleich den ersten Teil machen werden. Also dieser Online-Kurs hat drei Teile und zwar einmal die Woche treffen wir uns eben abends um 19 Uhr. Zu einem Live-Zoom, wo wir gemeinsam Schritt für Schritt gewisse energetische Teile in dir aktivieren werden, die dich mit deinem Ahnenurkraft wirklich verbinden, in Verbindung bringen, sodass du es mit dir tragen kannst, sodass du auch wirklich spüren kannst, so wie es so schön heißt, das ist meines Erachtens ein afrikanisches Sprichwort, wenn du gehst, gehe immer, als hättest du 3000 Ahnen hinter dir. Denn das ist wirklich so. Jeder von uns hat das. Jeder von uns hat sein komplettes Ahnenfeld hinter sich stehen. Und allein wenn ich das schon sage, merke ich, wie ich aufrechter gehe, wie mein Rücken gestärkt wird und wie ich merke, ich kann alles entgegen gehen, weil ich weiß, ich habe 3000 Ahnen hinter mir. Und genau das möchte ich dir ermöglichen, dass du das auch nicht nur weißt, sondern auch spüren kannst für dich selbst, in dir spüren kannst, eine Klarheit spüren kannst und wirklich für dich auch einfach immer wieder darauf zurückgreifen kannst, auf die Kraft deiner Ahnen und auf die Essenz, die du mit deiner Geburt mitgebracht hast, in diese Familie hineingeboren worden zu sein, hat dir ganz, ganz viele Geschenke mitgebracht. Und das können wir alles für dich aktivieren, denn es ist schon da. Es geht nur noch darum, quasi diesen Letzten reinzubringen, damit du mit ihm in Verbindung gehen kannst und deine Kraft und deine Stärke leben kannst. Und genau dafür habe ich diesen dreiwöchigen Online-Kurs kreiert, Ahnenmagie. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Sämtliche Informationen findest du unter übernehmendem Video. Und dort kannst du dich direkt anmelden. Wie gesagt, Anmeldeschluss ist diesen Freitag. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Am 9.9. geht's los. Ich freue mich auf dich. Bis dann!